mir geht es gesundheitlich schon wieder viel viel besser ich habe noch ein bisschen die nase zu aber ansonsten alles tippitoppi so leute schön dass ihr da seid sorry dass ich ein bisschen länger gebraucht habe wir legen los und fangen heute einfach mal ganz gediegen an ist denn das neue warte mal kurz eigentlich müsst ihr heute das unsympathische video online sein ist es denn da ist denn das neue video da verliebt verliebt direkt das neue video verliebt let's go es ist da kurz geht raus diese zue nase sie nervt let's go wir legen los endlich wieder soweit heute wird gejodelt Luca hat mir ein paar jodler zukommen lassen das heißt heute schnallen wir uns aus sicherheitsgründen mal wieder an und halten uns fest ich würde sagen erster jodler let's go das machst du hauptberuflich ich arbeite mit tieren oh wie süß Timo 24 Metzger das ja wohl ui 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 pencils ich arbeite mit tieren oh wie süß verliebt habe gerade meinen bruder gefragt ob er lust auf netflix und chill hat was darauf hat er mir die wahre bedeutung erklärt bei lever Kritischer Hase, Sweet Home Alibaba. BAM BAM ZACK ZACK Also ich kenne eine Person, wenn diese Person eine Schwester hätte, ich weiß es nicht, wäre er auf jeden Fall davon nicht abgeneigt gewesen. Ich, die Lücke, sie... Äh, ja gut, man kann sich auch mal die Geschlechtsmerkmale zeigen. Sieht doch gut aus. Freundin, da passe ich niemals rein. Wir fuhren weiter und ein Airbus A380 schnappte sich den Parkplatz. ON THE ROAD AGAIN! Und auf den Schock erstmal rein in die Werbung. MEIN RTL! Da Ray Shadow Legends immer noch kostenlos ist, können sogar Leute mit Steuerschulden dieses Spiel spielen. Oh nein! Ray Shadow Legends kann man auf dem Handy sowie auf dem PC spielen. Da habe ich so langsam gemerkt, ob man mit den Online-Multiplayer spielen... Was? Man kann mittlerweile Ray Shadow Legends auf dem PC spielen? Wusste ich auch noch nicht. Das heißt, ob ich das Spiel gespielt habe, war es auf dem Handy. Dann wird es kacke. Dieses Spiel ist extrem beliebt mit 15 Millionen Downloads in den letzten 6 Monaten. Ich persönlich finde, dass dieses Spiel eine 11 von 10 ist. Vorab, alle Links sind unten in der Videobeschreibung. Kommen wir jetzt endlich zum Gameplay. Guck, wie er sitzt. Piss dich, du. Was sagt dein Gefühl, was glaubst du, was sagt dein Gefühl? Gucken wir, 3, 2, 1. Hast du eigentlich schon den neuen Battle Pass? Meinst du in Fortnite? Nein, Digga, in Raid. Das ist geil. Hey, diese Werbung ist so stark gemacht. Küsse gehen raus. Gehe jetzt zur Videobeschreibung, klicke auf den Link und wenn du ein neuer Spieler bist, erhältst du 100.000 Silber plus 50 Diamanten plus ein Energy Fill plus einen kostenlosen Champion. Schiedsrichter. Neue Spieler werden ihre Belohnung in der Inbox finden. Diese Belohnungen sind nur für die nächsten 30 Tage verfügbar. Mein RTL. Morgens um halb 10 in Deutschland. Stark. Das war sehr stark. Das war sehr stark. Bitte mehr Werbung, bitte. Raid, haut noch mehr Geld raus. Bitte mehr Werbung. Das war sehr stark. Morgens halb 10 in Deutschland. Schatz, wo ist mein Bier? Hast du mal auf die Uhr geschaut? Ja, da ist es nicht. Der Techniker kommt dann zwischen 9 und 18 Uhr. Ist in Ordnung. Die Rechnung zahle ich dann zwischen März und Dezember. Fühl ich, feier ich, würde ich genauso tragen. Hab gerade auf Tinder meine Mitbewohnerin gefunden. Oh, jeins. Was? Moment, 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 was, was? Und ihr direkt ein Superlike gegeben. 5 Minuten später ruft sie aus der Küche. Haha, träum weiter. Einmal rip. Einmal bitte rip in den Chat. Einmal bitte rip in den Chat. Leute, uff. Wuff, wuff. Was? Und ihr direkt ein Superlike gegeben. 5 Minuten später ruft sie aus der Küche. Haha, träum weiter. Was eine geile WG. Traumfrau. Traumfrau. Verliebt. Verliebt. Sag mal, habt ihr auch das? Ah, ich wusste es, ich wusste es. Gleiches Problem. Seitdem ich nicht mehr bei meinen Eltern wohne, reinigen sich die Zimmer nicht mehr von selbst. Ist meine Wohnung defekt? Digga, kein Problem. Ich habe da die perfekte Lösung für dich. Respektabstand ist wichtig. Nein. Nein. In unserem Freundeskreis gibt es einen Sven, der seit kurzem eine jüngere Freundin hat. Er heißt jetzt der Svendler. Weißt du, worauf ich am meisten stolz bin? Auf meine geilen Fans. Auf meine geilen Fans. Verstehe ich. True. Wenn Aladin auf seinem Teppich fliegt, ist er dann abgehoben oder auf dem Teppich geblieben? Bruder muss los. Bruder muss los. Stell dir vor, du planst ein Verschwinden, ziehst es durch, lässt deine Frau und Kinder zurück, startest ein ganz neues Leben in Italien und dann klingelt nach 20 Jahren Julia Leischig an deiner Tür und ruiniert alles. Wem suchst du? Keine Hoh. Und ich wünsche allen meinen weiblichen Zuschauern noch alles Gute nachträglich zum Valentinstag. Und an der Stelle bin ich komplett raus. Falls ihr euch das Video gefallen habt, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr diesen Kanal nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auch kostenfreier... Äh... 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 Basis. Ehrenbruder Basis. Äh... Äh... Ein Abonnement für mich da lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Das ist so die perfekte Länge, so. Vier... Vier... Vier bis fünf ist optimal, Alter. No... Joke. Okay. Alles klar? Oh mein Gott, was war das für ein geiles Video. Alter Schwede. Das war Hammer. Ey Sascha, bitte mach mehr Videos. Ich liebe deine Uhr. Kurs geht raus. Warum so viele Dislikes? Wegen der Red Channel Legends Werbung? Leute, gönnt ihm doch mal. Gönnt doch mal. Gönnt doch. Was ist da los? Er sagt einfach 15 Millionen, da steht einfach 150 Millionen Brew. Montee, verliebt. Kurs geht raus.